Hallo, ich bin Aurelie Wettstein, ich bin hier in Lamprechtshausen. Hallo, ich heisse Aurelie Wettstein. Wir sind hier in Lamprechtshausen, im ICAP. Ich reite hier die Lambada, eine 14-jährige Westfalenstuete. Und ein Irländer, der Mr. Brooks, der ist 8-jährig, der möchte ich gerne Moni, der grossen Tour, reiten. Ich reite hier in ICAP mit Lambada, das ist eine 14-jährige Westfalenstuete von Lamoureux. Sie hat hier eine gute Nullrunde gelegt. Wir waren schnell, aber das ist schlagbar. Ich hoffe, das passt noch für eine Platzierung. Wir kommen hier seit ein paar Jahren. Es ist ein wunderschöner Konkur. Es macht immer Spass da. Ja, danke vielmals. Morgen der grossen Tour möchte ich mit St. Brooks reiten. Es ist ein 8-jähriger Irländer. Wir geniessen es hier in Lamprechtshausen. Schönes Turnier. Ja, es war top in dieser Prüfung. Ich hatte Null. Ich war nicht furchtbar schnell, aber schön ein bisschen dabei. Ich hoffe es lange für eine Platzierung. Die Sendung hat auch wieder was. Ich hoffe, es ist eine gute Aufgabe. Ich hoffe, es war nicht so.